hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier bei der karte von thüringen 3.101 ja ich mache weiter hier und wir arbeiten hier uns den wald machen die nieder hier entsprechend weiterkommen mit alles im globalen markt und ich schau mal im sack stört er sich wo ich etwa noch einfahren ich hoffe dass er weiterfährt das sind die großen kippe mit 52.000 muss ich noch meine andere karte annehmen aber der hat sich ja schon beschwert so viele mods bin gespannt wenn er feststellt sein dolce sind dabei da werde ich ihm sagen bin ich mir dazu gekommen aber er kann ja selber holen ist ja alt genug mal schauen was sagt marie guckt ich glaube er darf nicht mehr schule so oft schule ist aktuell auf youtube wieder ruhig geworden bei ihm aber schade hat man mal gesagt die schule ist wichtiger hat auch recht aber gut dann noch probieren das sind wir nicht so einfach zum anfang das war mir heute noch nicht einfach weil zuschauer zu finden ist äußerst schwierig wer da ist herzlich willkommen ja neue sachen sind anziehen alte nicht so ist leider ist halt so interesse ist für neue sachen besser müssen wir mal probieren aber ob es klappt gerade angespielt mit interesse ja mal schauen vielleicht heute eh unwahrscheinlich ich meine das ist ja das ganze problem ist ja die zeit aber da ist halt so ne also von daher alles gut da war der nächste Punkt der kommt der nächste schon es geht ein bisschen flüssiger wie das mal aber denkt mal morgen jetzt weiß ich wofür man diesel haben könnte für das kies weg wie gesagt dummarsch kommt jetzt die rübenerz dran da habe ich ja keine zeit aber irgendwann ist es soweit dann werden wir da entsprechend die rohstoffe da auch für entsprechend verkaufen dann wird es hochschieben noch nicht da 0 4 ich mache noch ungefähr 18 gibt mir ungefähr ein grobes Ziel 18 kann noch gar 20 sein halbe stunde wird zu viel persönlich halte ja auch sagen die außen also was ich nicht mache kann ich von anderen auch nicht verlangen verlange ich auch nicht ich freue mich über jeden klick über jede abgegeben kommentare ich könnte ja die zeit ein bisschen beschleunigen auf 15 wenn wäre er wieder wie die wege Da fährt er weg, der Bursche. Oder war da nicht voll? Ich leere. Gucken. Das Optimum ist leer und der Handel, der T8, der ist auch leer. Und der kommt gerade. Das sind eigentlich die Abfahrer von Feldmure 10 mit Getreide. Da sind wir bloß am Zählpunkt. Und globaler Markt kann der bleiben. Und fällt Drechermodus. Aber das ist nicht so weit. Wenn es morgen weit ist, dann der höchstens trocken ist. Also allerfrühstens. Und dann wird ja wieder Regen, da wird man auch nix. Da wird sogar ein bisschen lustig, weil da gut Pferdegras muss halt, ja, drei Tage könnte man noch im Herbst mal ernten. Mähen. Mähen. Mähenkönigermitten. Mähenkönigermitten. Ohne Fahrkabine. Ohne Fahrkabine. Können vor nichts anbauen. Mal schauen. Das brauche ich jedenfalls Taktoren. Ich brauche ja mindestens, ja, drei Taktoren zum Mähen. Zwei zum Zettern. Besser wären vier. Ja. Und dann müssen wir ja drei schwatten, ne. Dass es ziemlich vorangeht. Und später drei mit der Presse in der Herne, ne. Ist ja so. Ich habe also festgestellt, dass das Gras nicht weg geht. Von daher, hm, ist noch nicht da. So ist ja. Können wir mal ganz kurz gucken. Könnte ja durch Zufall reif sein. Ne, ist kein Zufall. Und hier Unkraut. Gedüngt. Ja, ich muss mal hier um das Loch düngen. Und. Mal hier. Das müsste eigentlich morgen reif werden. Also. Also Mähstärke. Also Mäh. Dass es mähen können, ne. Dass es auswachsen ist. Eigentlich. Äh. Und dann nachher. Ja. Mähen lassen. Ja. Muss der Krone halt ran, ne. Brauche ich ja auch lange dafür. So eine riesige Fläche. Aber ich würde den mal im Blick auch scharf machen. Ob beim Mähnen egal ist. So da. Also nächstes Mal den Kurs speichern, ne. Kurs play. Wenn er gespeichert ist, dann kann ihn durchgeladen, ne. Dann fährt er halt weiter, ne. So. Lustig hier wegen dem Witten-Cheat. Und alles, äh. Fahren lassen. Wie auch Blödsinn, ne. Mal geradeaus fahren. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das los ist. Aber gut hier, äh. Gras ist äh. Sehr, sehr leicht zu fressen, ne. Ja gut, das reicht. Upp. Ich werde jetzt aber. Da oben hin fahren, ne. Also Pferdegras rennt gutes Geld ein. Mit BGH. Da. Da steht fest. Da. Kommt eigentlich zusammen. Dass wir nur noch irgendwie hinkriegen, dass man ständig, äh, voll gemacht wird, ne. Und das gelingt mir leider nicht. Äh. Jetzt sowieso nicht mit 15. Aber ich hab's ja auch fast verbraucht, ne. Also von daher. Alles gut. So. Mal gucken, was hier zu machen ist, ob ich hier anfangen kann. Fast. So. Die Richtung. Da gehen wir gleich. Hier sollte besser arbeiten können mit, äh, Helfer. Ja. Ich sag's so in den kleinen Flecken. Gott, ne. Was soll's, ne. Und das auch. Wie tragisch. Und hier geht's hoch. Und dann sollt man so, so. Sack, zack. Fertig. Und lass mal arbeiten. Wir gehen hier zurück. Mit dessen kommen sie alle angefahren hier. Ein paar schon. Da kommen wir nicht rum, Junge. Das haben wir doch schon probiert. Paarmal. Dazu ist ja zu. Äh. Ja. Zu groß kann man sagen, ne. Zack. Okay. Alles täuscht. Geht im globalen Markt tausende, äh, wahl rein. Und dann wollen wir verkaufen. So. Macht ja so nicht. Da hat er vom Tier her angefahren, du. Ein bisschen mehr schieben mit der Maus. den Winkel. So. Also Hackschnutzel bringt nicht viel ein, aber wie gesagt, äh, auf der Marsch kann ich ja entsprechend dafür nutzen, für Papierherstellung. Und dafür mach ich jetzt eigentlich nicht. Dann werde ich vom globalen Markt in, 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 zum Marsch mit Outreif dann gleich beliefern lassen. So wie hier hinfahren lassen, dauert ebenfalls. Da hätte ich das eigentlich nicht cool. Keine Ahnung warum es so ist. Mal zett er an, mal nicht. Aber solange er über drin ist und raus geht, ist okay. Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das liegt an, ne? Ja, da ist ja keinen zu finden. Gut, dann machen wir es mal leer. Ja, ich bin schon ein Stückchen reingefahren und bald, ne? Ja, da tauchst du nicht. Wahrscheinlich wird nichts angewiesen. Kollision, Behandlung. Ja, da ist ja nicht angewiesen. Ne, dosi. Hat man hier vorne wieder an. Oh ja, da ist nicht viel Platz. Muss ich mal gelegen hat, die Gewichte rausheben, den einen jedenfalls. Und, ja, den hatte ich vom letzten Mal auch hier gelassen, wo der Wald weg war, ne? Habe irgendwann gesagt, oh, jetzt so viele Fahrzeuge, willst du jetzt nicht hin und her fahren? Beziehungsweise aufräumen. Habe es noch stehen gelassen, ne? Dann hatte ich hier das, äh, Stall gehabt, äh, und das Sägewerk. So, hier. Das sind die Gewichte doch da. Aber das baue ich jetzt nicht mal auf, also geplatzierbare Gebäude, äh, kommen hier so. Naja, gut. Ja, heu vielleicht, ne? Heu hocken und werde nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das... Müsst ihr mal gucken, ob das bei... Äh, auch für Klee und Ouzerne gilt. Also, von der Früchte her. Ah, da gibt's, glaube ich, bei, äh, Mod. Bei... Garantin zum Mod von Global Company. Für Heu und Ouzerne. Oder Klee. Aber so, die Show, das soll's auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal, tschüss, tschüss, tschau. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, Akademie in Thüringen. Mit, ja, Restholz und dann, hoffen die Nacht, äh, Stelldurch spuren können. Und dann, äh, hoffen wir mal, dass wir dann's fertig kriegen. Soweit wie möglich, den Tag. Und dann schauen, nächsten Tag, ob wir mit der Getreide-Erde beginnen können. Wenn es dann trocken wird, ne? Wie gesagt, im Sommer. Es könnte sein, dass es schnell trocken wird. Äh, wenn der Riemer aufhört. Über Nacht. Tschüss, tschau, tschau. Ja, wie gesagt, machen wir's weiter. Und ich würd mich freuen, wenn jeder da ist, der da sein möchte. Tschüss.